Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play Gator Together. Gator, Alter. Das muss sicher Rhyme. Man muss es nicht. Servus! Wir können es doch mal richtig sagen. Nicht immer... Ah, da. Servus! 20... Nein, warte mal. 20.000 Likes. Eiskalt. Weißt du, was ich jetzt tue? Ich scheiß mir in die Hand und ess das. Ja, das glaub ich dir. Das glaub ich dir. Oh Gott. Oh Gott. Ziemlich vulgär das Let's Play wieder mal. Du hast es echt versaut. Du hast es echt versaut. Ich... Läuft bei mir. Möchte... Nein, weißt du? Es war so schlimm, dass ich... Ich geh jetzt einfach. Sowas muss ich mir einfach nicht anziehen. Aber ich komm jetzt auch wieder, weil ich irgendwie Lust auf Eta zu haben. Ich feier das. Ich feier das. Ich feier das. Oh jetzt. Äh, jetzt sind bei mir Wolken. Hab mit euch. Aua. Ihr geboten der Ausburt. Ihr geboten der Ausburt. Ich kann gar nicht mehr. Oha. Kennst du das, wenn sich deine Lachmuskeln so verkrampfen und du dann so völlig vollkommenes Schmerz in deinem Kiefer hast? Das ist echt schlimm. Ey, ich hab 40 Weizen. Ich hab 14 Brote. Brot. Für die Welt. Alter, was ist denn los? Und du hast PvP immer noch nicht eingestellt. Nö, hab ich auch nicht. Was man immer alles selber machen muss. Ist klar. Ja. Zugriff auf den Sur-Ware. Sur-Ware. Deswegen soll ich ja selber machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Blue Sky Rezeping. Okay. Achso, wir haben jetzt erstmal wieder auf Piss-Full gestellt, Leute. Piss-Full haben wir gemacht. Piss-Full. Piss-Full. Weil ich mich sonst ein-Piss. Ha, 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 hi. Das wäre irgendwie schlecht, oder? So leicht, ja. Aber nur ein bisschen, oder? Auf weißen Wolken konnte man jetzt nicht mehr durchflutschen, ja? Nein, da kann man nicht mehr durchflutschen. Ich vertraue dir jetzt. Ah, das klappt ja. Das klappt ja wunderbar. Das passt wie angegossen. Das ist so wie Henkeltschür. Ich schwöre, ich scheiße mir in die Hand und esse das. Ja, wie gesagt, ich glaube dir. Servus. Alter, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich das einmal im Kopf, ne? Das kriegst du nicht wieder raus. Ja, das glaube ich dir. So eine Scheiße. Och man. Na ja, und bei euch so. Ich meine, wir haben mal... Ich glaube, die Zuschauer sind nicht so verrückt wie du. Recht tolle Themen hier drauf. Ey, was ich sagen wollte, ne? Äh, du musst die Adventure Map machen, habe ich mir gerade so überlegt. Welche Adventure Map? Weil unter dem Infovideostand bitte die Adventure Map machen. Ja, von dem Zuschauer. Ich weiß. Ich mache die Adventure Map ja auch. Ja, siehst du da, also kannst du nicht mehr sagen, ich überlege mir das noch, ob wir die Adventure Map machen. Habe ich doch auch gar nicht. Ich bin fest entschlossen. Das steht jetzt fest. Ich bin fest entschlossen, dass wir die Adventure Map machen. Das steht jetzt fest, mein Freund. Hallo. Hallo. Ich bin fest entschlossen, nur du musst ja langsam mal in die Pötte kommen, damit du mal Zeit zum Aufnehmen hast. Ich habe heute Zeit. Wir können das gerne hier noch aufnehmen. Okay, dann machen wir das, ja? Machen wir. Jetzt habe ich was gesagt. Machen wir. Nein! Machen wir. Ich habe den Weizen, 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 Weizen zerstört. Ja, mal gucken. Also nein. Das war so klar. Weißt du, nur weil ich immer mal gucken sage, heißt das nicht nein. Bitte hilf. Also nein. Nimm dir einen Wassereimer bitte. Zu deiner eigenen Sicherheit. Wo bist du eigentlich? Weit weg. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich am Arsch. Deswegen sollst du einen Wassereimer mit dabei haben. Das schaffe ich doch Ihnen eh nicht. Das ist 3000 Versuche von 10. Bei mir hat es beim ersten Mal funktioniert. Bei mir hat es beim ersten Mal funktioniert. Au-nein! Au-nein-ã-nä-nä! Bitch! Ich hab jetzt.. Ja Gott. Ich hab sogar ein Gravitide- Ohr! Gravitide! Tide! Ja, ich musste das so betonen. Gravitide O-ohr! Oh-re! Oh-re! Gravitationss- Äh, was heißt nochmal Ohr? Erz! Ach ja stimmt! Erz! Gravitations-Erz! Deutsches Gravitations-Erz! Warum gibt's E- warum gibt es äh ETA nicht auf Deutsch? Alter, das ist ja doch richtig geil deutsches Gravitationserz würde dann da stehen ja genau wie deutsche Kartoffeln wahrscheinlich also wir können auch jetzt gerne in den Dungeon gehen, weil ich hab meine Rüstung jetzt voll deutsche Kartoffeln... ich hab aber noch keine Hose ja dann fehlt uns noch ein Sanit warte mal ich hab ich hast du ein Sanit? hier sind 6 noch drin, keine Rohstoffe ich habe eine Hose an nein wir besorgen... oder? nein wir machen uns ja lieber Schwerter ist hier keine verzauberte Hose? ich könnte meine Hose noch verzaubern warte mal, ich hab die Hosen an hab ich hier unten ein Level? warum hab ich jetzt ein Iron Leg... ach ja, hab ich lieber etwas gezogen Leggings ha, er trägt Leggings wie viel hat dein Sanitschwert noch? ich habe kein Sanitschwert was hast du dann? ich hab ein Diamantschwert mit Scharpness 2 wow Diggah 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 ja was da los? Diggah ein Mann muss haben, was ein Mann haben muss ja, genauso wie ich ein Sanitschwert ich nehm hier unten grad übrigens alles auseinander dat glaub ich dir Minion dat glaub ich dir ein Mann muss haben, was ein Mann haben muss ein Diamantschwert mit Knock... ne Quatsch mit Scharpness 2 Alter, das ist ein Babo Schwert ganz und gar ja, also wirklich jetzt... ja aber dein Smite 1 und Knockbett 1 Schwert Babo Schwert, ne... das geht mir am Arsch vorbei mittlerweile ja, dann verbrenne es nö, das ist auch wieder völlig überdimensioniert das seh ich nicht ja, du siehst mich auch nicht ich bin ein Ninja Mann, Mann, Mann da relockt er direkt, da hat er Angst aaaah, wo bist du, bist du, ah da bist du wir nehmen uns Erde mit, hab ich beschlossen wir nehmen uns Bücherregale mit, hab ich beschlossen wofür? keine Ahnung Bücherregale, Alter nehm mal drei Stacks Erde mit das war natürlich wieder Fail gesetzt dahinten Gehen wir los Einen Moment bitte also wir gehen jetzt in den Dungeon, ja? ist das beschlossene Sache? wir gehen jetzt in den Dungeon jaaa und wir werden sowas von verkacken auf jeden Fall obwohl die Monster sollen ja nicht so schwer sein jetzt, also kommst du? 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 jetzt warte die Zeit ab kommst du? kommst du kommst wow soo ich müsste die Bücher wentst du da eigentlich? und dumzaubertisch hab ich dir hergestellt wir sind doch ach egal komm wir gehen jetzt einfach los pvp ne? pvp pack deine pvp pack deine unwichtige Sachen in die kiste oder alles klar ich pack alles weg packe etwas weg nehm was zu essen mit alter da wird man schnell hungrig 53 Rangen sollte reichen, weißt du nicht? Einen Wassereimer hast du dabei? Nein. Nimm dir einen mit. Glaube ich nicht. Wo ist der? Äh, ich sollte noch vielleicht ein paar Eisenschaufeln, äh Quatsch, äh, Spitzhacken machen, meine ich. Ähm, übrigens, vielleicht sollten wir mehrere Spitzhacken noch machen, because, wir sollten Holz mitnehmen. Ja, Holz hab ich auch noch dabei, also normales Holz, also du solltest vielleicht noch was von den Dingern mitnehmen, von den 26, ja, ich nehm 58, mja, 58, also ich nehm ja jetzt 4 Spitzhacken noch mit. Dann nehm ich mir noch Stein mit. 4 Spitzhacken, ja? Ne, ich crafte mir dann welche, ich hab jetzt noch 3, 2,5. Denn lass uns los. Äh, reicht das? Schaufeln. Lass uns los. Hast du Holz? Dann lass uns los. Hast du ne Workband? Ja, 58. Ne, kann ich mir dann aber machen. Wenn du, dann mach ich's. Mach einer. Weißt du, man muss auf alles vorbereitet sein. So. Jetzt können wir los. Warte. Äh, hier lang, ne? Ja stimmt. Ne, hier lang. Ne, hier lang. Hier, durch den Tunnel. Hier, wir haben, wir haben doch... Äh. Guck mal, genau vor unserer Nase ist doch da. Da, 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 da müssen wir hinbauen. Ja, deswegen ja da drüben, voll idiot. Warum steht hier überhaupt die Tür auf? Aaaah. Weißt du. Weißt du. Aber da gehen wir auch noch hin. Es war Spoiler. Ja, da können wir auch noch hingehen. Und das in der nächsten Folge. Nein. Spoiler. So, wo geht denn hier, wo geht das jetzt hier hoch? Da oben, ne? Irgendwo. Ich hab hier ne Dingens hingebaut. Hallo. Hallo. Ah. Ah. Wie kommt die denn da hin? Zu schnell. Ich weiß das nicht. Zauerei. 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 Wo müssen wir hin? Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ja, wo willst du hin? Du wolltest zu nem Dungeon? Ja. Dann geh ich jetzt zu nem Dungeon. Okay. Hier oben, das könnte unser Berg sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Sicher? Ja, sicher, Alter. Sicher? Ja, ganz sicher. Tod ist sicher. Ja. Abgrundtief und äh... Nichts überragend. Multi-Flubku-Wixis... Kommst du... Ja, du kommst okay. Aber wir müssen eigentlich hier hinten lang, glaube ich. Da dürfte eigentlich einer kommen. Aha. Mhm. Siehst du einen orangen Baum? Pff. Er hat da... Danach haben wir gesucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, hier muss doch irgendwo mal ein Dungeon kommen, mit Hef. Was ist das? Ich seh' eigentlich... Hier eine Wolke. Hey, hier sind ganz schön viele Wol... Ach, da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Aber da will ich nicht hingraben. Pff. Da will ich mich wohl eigentlich nicht hinbauen wegen den ganzen Wolken. Mein nicht doch. What the fuck? Aber hier ist wirklich unser Hügel. Ich will da nicht hin. Gucken, weiß ich nur wo... Doch, wir gehen jetzt hin, Alter. Das ist beschlossen. Alter, wir können da nicht hin... Seh' dir die Wolken halt. Doch, komm doch mal hierher. Ja, die folgen uns nicht. Komm mal hier lang, wo ich bin. Bist du? Warte, nein, weiter. Warte, nein, weiter. Ich seh' dich. Warte. Wolke. Känguru. Ey, lass uns Känguru in Ruhe. Das hat dir nichts getan, okay? Das hat dir nichts getan. Alles klar. Und dann bauen wir uns hier... Oh, das ist ja nicht hin. Da ist ja nicht schon Übergang, ne. Au. Ne, ich hol mal eben das Zanid von hier rum. Danke, dass du mir... Das Zanid da! Das Zanid da! Das Zanid da! Tot. Dead. So. Alter, diese Wolken, ne? Ohne Witz. Au! Ja. Warte. Ich hab sie. Tot. Geht durch. Geht durch. Ey, ich hab das Zanid. Du. Komm, 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 komm. Au. Ja, ich weiß. Also du fliegst hier so schnell runter, ne? Ohne Spaß. Okay, wir bauen uns jetzt einfach. Leck mir doch die... Ja. Die ist auch tot. Lenk du mal die Wolken ab, ich baue uns hier rüber. Okay. Wo bist du? Da unten. Da-da-da-da. 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 Servus! Da-da-da. So, warte mal. Jetzt kommen wir mal hier oben. Hast du abgelenkt? Äh. Nein! Was machst du denn? Da oben ist noch eine. Aber die kommt nicht zu uns runter. Nimm mich jetzt wegpustet, Alter. Die kommt nicht zu uns runter, die ist weg. Ansonsten sind wir eigentlich clear. Wir sind clear. Komm schon mal schneller, mal schneller, mal schneller! 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 Unter Druck kann ich nicht arbeiten. Aber wir sind eigentlich clear, wir müssen uns eigentlich gar nicht beeilen. Ja, warum treppst du mich? Schneller! Los, 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 los! Was ist denn da? Ich weiß. Okay, sind wir da? Können wir hoch? Yeah! Und da längst ist auch schon Dungeon! 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 Oh, Dungeon! So, dann gehen wir rein, oder? Aber wir müssen jetzt mal eine Party. Ja, wollte ich grad sagen. Great Party! Kinder-Blocken! Great Party! A party! A party! Was machen die Kankurus eigentlich? Droppen die irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ad-Member! Kankurufleisch! Hast du das gekriegt? Yes! Aber irgendwie kann man die Kankurus nicht töten, hab ich das Gefühl. Echt? Also, die halten richtig für was. Echt, tatsächlich! Party? Nö, getötet! Kommst du? I'm da! Echt? Accept! Ah, ja, jetzt. Okay! Send! Dann Request, View, Accept! Oh! Leck mir doch die Eier! Hab ich mich erschrocken! Wo sind wir? Ach, ich muss meinen Shader ausmachen. Ich seh nämlich nichts! Ich hab Angst alleine. Ach, warte! Alter, ich seh auch so nichts! Äh, Diffi... Du musst deine Brightness hochmachen. Ja, ich hab schon. Gerade. Fuck, eh, wenn wir mitnehmen sollen, ne? Ah, ich denk mal, wir finden Ambrosium ein bisschen. Kommst du runter? Ja, ich komm. Angst! Ich hab Angst! Ich hör schon den ersten Boss im Übrigen. Ach ne, warte mal, das ist gar kein Boss. Oh! Leck mir doch die Eier! Der hat mich in seinem Bann! Mein... Äther. Ja. Dein Äther? Ähm... Bin ich vom Server? Ja, du bist vom Server. Mein Äther hat sich grad einfach geschlossen. Echt jetzt? Ja. Läuft die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft weiter. Open Broadcaster lässt sich ja davon nicht rein... Ja, wenn's aus, ist es aus, genau. Ja, aber ist ja trotzdem merkwürdig. Wie viele Minuten haben wir denn? 14? 15? Ja, dann könnten wir doch eigentlich Schluss machen. Dann kommen wir in der nächsten Folge an. Ja. Also, ähm... Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warte mal, ich warte noch kurz, bis der ETH noch startet. Ah, da ist er ja wieder. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, vielleicht stürzt er nicht mehr ab. Wer weiß. Tschüss! Bis dann, tschüss!